Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Life is Strange. So, wir gucken uns jetzt hier mal um. Ich erfahre mehr über die Herstellung und Geschichte der Shambhala. Wöchentliche Kurse mit Lehrer Charles Alec. Miranda Street, Oakland. Okay. Einige Mysterien sollten das so bleiben. Wie Spaß. Ja, Warren würde definitiv ein Ape über dieses Show gehen. Was haben wir hier noch? Skull and Bones. Halloween Party. Gruselige Kunst. Tattoos. Horrorbands. Mitternachts-Varieté. Süßes oder saures. Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Ab 18. Mittwoch, 30. Oktober. Tenderloin Warhouse. Nigels Druidenfest zu Samhain. 31. Oktober 23 Uhr. Golden Gate Park. Okay. Was haben wir hier noch? Das glaube ich hatte ich noch nicht, oder? Ja, also ich könnte nicht in einem U-Boot leben. Mich wird... Uff. Die Jagd auf den richtigen Oktober. Besuchen Sie die berühmte USS Malacoda. Erfahren Sie mehr über die aufregende Geschichte des ältesten U-Boots von San Francisco. Täglich geöffnet in Klamas War. Oh, da war noch mehr. Jojojo, da war noch mehr. Die Revolution wird nicht televisiert. Stopp die Neugründungen. Wie viele Geschäfte und Anwohner müssen noch für die neuesten Cafés oder überteuerte Trendrestaurants aus ihren Heimen vertrieben werden? Die Geeks, die diese Stadt versklavt haben, benötigen eine Lektion zur Überschreitung. Nehmt diesen Samstag teil, um das Ende einzuleuten. Der Sammlungsort wird noch bekannt gegeben. Wir haben eine Zeitung. Ich will jetzt wissen, was sich noch geändert hat. Ich ließ meine Kunst in San Francisco vor Daniel Lee, The Golden Gate Reporter. Ja, ich wurde in einem Badzug geboren. Wortwörtlich. Es ist eine lange, unglaubliche Geschichte, die ich hier nicht wiederholen werde. Dafür wird Alkohol benötigt. Großmama. Das mag meine obsessive Liebe für die Bucht und ihre Außenposten an Künstlern und Dissidenten erklären. Trotz der rapiden Gen-Priifizierung florieren Künstler und Erschaffer entgegen allen sozioökonomischen Drucks. Denn genau das ist ihr Markenzeichen. Galerien wie Zeitgeist und Milkovic Fashion arbeiten mit diversen Gemeinschaften zusammen und praktizieren, was andere Mäzene nur predigen. Wird auf der nächsten Seite vorgesetzt. Hört doch auf, das immer nur so halb hinzuschreiben. Nett ist nicht nett. Spendenbox. Mäzene und Spenden verschenken Sie Kunst. Spenden fließen direkt in Kunstprogramme der Gemeinde. Vielen Dank, Galerie Zeitgeist. Okay, hier können wir nirgends hin. Dann gucken wir uns noch kurz hier die Zeitschriften an. Kunstbücher. Die Zeitgeist-Gallerie hat eine coolen Geschichte in Frisco. Ich meine, San Francisco. Und die Bücher. Ich wünsche, ich hätte Zeit, diese Muralen hier zu sehen. Ja. Okay. Das war nett. Okay. Mir sagt sie nicht. Mit dem kann ich nicht sprechen, okay. Everyday Heroes. Okay. Wer steht denn hier rum? Bravo on your entry. I'm the art critic for Iris N Magazine and we would love to include you in a piece about future trendsetters in photography. I'll send you the details this week, if that's okay. Congratulations for your piece. Okay, ich glaube mit ihr können wir nicht sprechen. Was haben wir hier noch? Not my style, but the neon is a nice representation. Oh shit. Pretentious alert. Okay. Das kann man nicht angucken. Dann gehen wir doch mal hoch. Wiener haben wir hier noch? Hier können wir mit jemandem reden. Oh, hey, you're the one who entered the self-portrait. Or actually, do you call it a selfie? Anyway, I was very impressed about how you subverted it to make all of your photosubjects the focus. Oh, very smart. Okay. So wirklich viel sagen sind jetzt diese Gespräche nicht. I guess I have to get used to the idea of fancy food I don't want to eat. Okay. Direktor Wells. Young and Grunge. He'll think about those days for the rest of his life in prison. Bekannte Fotografenlehrer für Mord und Entführung verhaftet. Okay. Okay. I do not understand art. Well, I have to say. This is the best Everyday Hero Show I've seen since it began. All the pictures say a lot about our times. Bravo. Bravo. Mhm. Mhm. How much would you pay for that? Eh? Journalisten haben wir hier. Ja. Hi, excuse me, you're Max Caulfield, right? Um, yeah. Yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their art section and I totally did your work. Now I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images. So I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. Okay. Okay. I'm with you. I'm with you. I'm with you. Uh-oh. Matt! Chloe! Hey. Are you okay? We lost you there for a second. Uh, your nose. I'm okay. Uh, jet lag. High altitude. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man. Your vision. It's... It's true. You saw the tornado. It's coming. What? Oh, no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm... I'm by the beach. Chloe! Can you hear me? Hello? 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 Oh, shit. Oh, my God. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe won't die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. There has to be a way to stop this. For good. Yeah, please. Äh, kann ich jetzt mit dem Bild eventuell wieder zurück in die Zeit? Ja. Hm? Excuse me. I'd love to ask you a few questions about your work. Sorry, but... Ja. Ey, wo kommen wir denn jetzt hin? Wann, wann ist denn dieses Foto entstanden? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das kennen wir gar nicht, ne? Oh, shit. Oh, my head. Bitte mag nicht sterben. What is going on now? It feels like reality is breaking apart. What am I doing to time? Shit, 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 shit. My previous timeline was so perfect. I'll accept that I need to be in Arcadia Bay. Not San Francisco. I just have to make one simple change. So I won't end up in San Francisco. Okay. Sorry San Francisco. Chloe comes first. Kommen wir jetzt wieder in den Dark Room? Hm. Hm. Ja, er ist da. Shit. Shit. Ja. Wir werden wieder in den Dark Room rauskommen, ne? Shit, 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 shit. Ah. Was können wir jetzt tun? What can we do? Oh, fuck. God, no. I'm back here again? I thought I fixed everything. What did you say, Max? What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. The transformation between the old Max and the new Max. Anyway. Answer my question, please. Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey. Your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? You're looking like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad, you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry. I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. Sorry, that's why I'm still here. Shit. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. There's that fear. Oh, Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Please, don't do this. Musst doch irgendwas tun können. Can't nix tun. What's next? No. I don't. And I promise you, no more nosebleeds. Wait, hold on. Can I, can I please ask you for one last request? Oh. Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Oh. Licht ausmachen, etwas Wasser, etwas Musik spielen. Letztes Foto. Would you, uh, take one last picture of me? I, I want to be your best subject. I almost don't believe that, but I think you've finally learned from me. Oh, ich schieße das optionale Foto. Ah. Witzig. Ja, zeittechnisch müsste er doch jetzt kommen. Wieso war jetzt da gerade das mit dem Zurückspulen? Und was, was ich schieße das. Oh. 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 Mmh. Oh. Etwas Wasser, etwas Musik, Licht ausmachen. Oh. Oh. Of course, I don't want you to be uncomfortable. I promise, this final dose won't hurt. What? David, watch out! How? How did you know that? No gun, no balls. Jefferson, it's over! You are not going to stop me! Hm. War das richtig? Nein! Jefferson, it's over! 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 Yes, sir! Ich kann nix anderes tun mehr! Okay. David, Matt! It's over! You are not going to stop me! Okay. War das jetzt richtig? Oh! Oh! Max! Are you okay? Are you alright? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. Don't thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. I'm really scared. I'm really scared. It isn't forever. Or worse. Mr. Jefferson. Now it's your turn to be captured in a moment. Save Chloe. He burned everything. Including all of my photos. Warren! Yes. I can use that picture he took of us. Shit. No signal. Thanks, Mr. Jefferson. But you won't need this anymore. Boah. Ich hatte jetzt so Angst, dass das timebasiert ist. Das hat sich auch so angefühlt. Okay, ich glaube ich kann auch nichts mehr machen, so ne? I'm sorry you had to be here. I want to burn all these photos. Kann ich hier nur irgendwas brauchen? Jefferson torched everything. Now the only photo I can get is the one Warren took. Ja, ja. Ich will aber nichts übersehen. Ist Victoria jetzt auch wirklich tot? Voller Wahnsinn. David Madsen ist auf der Fall. David Madsen ist auf der Fall. Er ist still looking for evidence. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was... Was gonna kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh no. I always suspected that son of a bitch. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just... Wanted to lecture. As part of his sick plans. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max... I treated Kate like shit. I know she's a good person. But I'm not. I hope I get to tell her that soon. Me too. I think that would make her very happy. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel and... Jefferson had to use him as a scape coat. That pervert was pulling all this shit right under my nose too. I could have stopped him and Nathan if only... I wasn't so stupid. No. I should have told Principal Wells Nathan had a gun and... Almost used it. I put the school in danger. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys while you had each other. Maybe she learned from you. I think she only learned how to hate my guts. You both had a tough start. I know it wasn't easy. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but... I wasn't so great. I tried to be a good father, too. But... You saw how that went. You tried. It's obvious you care. Even if your methods are... Fucked up. I know. I'm glad I stood up for you. I try not to... Use my service as an excuse, but... It's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, is she... She would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. And I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but... Maybe she'll stop calling me Stepdouche. So, where is Chloe? We're going now with the truth. You can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you... Yes, I... I saw her. I... I saw a... Jefferson Killer in the junkyard. Last night. Last night? When I was so close to finding out the truth? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I... I... God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter! Uh oh. Uh oh. David, wait! David, wait! Das ist nicht das, was wir wollten. Max. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. What a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. I... Chloe. I'm sorry. Joyce. I failed you. Oh je. Ich glaube, ich muss da auch nochmal zurückspulen. You didn't fail. You did your best. Max. You better go outside. You've seen enough of this room. David. Thank you. For saving me. Will ich das bitte wieder rückgängig machen? Das war nicht meine Absicht. Wir spulen zurück, bis es nicht mehr geht. Und sagen ihm lieber nicht die Wahrheit. Das wollte ich doch gar nicht. Okay. Okay. Me too. I knew Nathan. Jefferson already. That pervert was pulling. No. We all make this. Ah, sie hat von ihnen gelernt. I think. You both. I'm not gonna. I tried to. Okay. Yes. Fuck. I'm glad. I tried. And you. I just wanna. So, where is Chloe? So, jetzt. Wir sagen nicht die Wahrheit. Weil, das hat mir grad nicht gefallen, wie das geändert hat. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und, eh, ich hab das Gefühl, wir steuern aus Finale zu. Ich weiß gar nicht, wie lange wir noch haben. Ich hoffe, es lohnt sich jetzt, die Folge zu beenden. Aber wir sind halt schon bei 30 Minuten. Jetzt kommt dann noch mit Chloe irgendwas. Und, keine Ahnung, Abspann, denke ich mal. Deswegen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye.